aber es waren wieder keine türen da gab dreimal hintereinander kann das sein bis was ziemlich geil wäre wenn wir dann fast 3000 haben dann verlieren und dann über 1000 gehirne dazugekommen sodass wir dann über 4000 haben in der nächsten runde das wäre sehr gerne können wir uns die neue waffe kaufen wenn wir nämlich keine 4000 haben weiß ich werde ich werde ich die andere modi kaufen wir müssen noch ein bisschen auch so ein bisschen besser werden so 1600 so 1800 den schwarzen den brauch ich mich gar nicht kümmern der ist zu langsam so 1900 was nein ich dachte ich hätte zweimal geschossen Mist vier türen da waren jetzt die ganzen türen die sonst immer gefehlt haben ich habe gemerkt wenn ich irgendwo hier hin klicke kann ich ja nicht schießen das heißt jedes mal ein schuss ist habe ich eigentlich ein zombie angegriffen geschossen oder irgend sowas oder irgend sowas eigentlich so verstehe ich nicht dass ich manchmal schieße ein schitz höre aber nichts getroffen wird naja aber es ist auch eine sehr eine der ersten Versionen glaube ich würde ich benutzen vielleicht ist die noch nicht so ganz benutzerfreundlich sage ich jetzt mal oder es liegt daran dass ich die PC so benutze das kann auch so sein der muss weg der muss weg der muss weg der schwarze ist mir egal die alle aber nicht Mist hat uns der gelbe noch erwischt naja dann halt wieder hier das ist wieder so angenehm so einfach das ist so so die So, da kommt bestimmt da gleich einer. Oh, knapp. So, 2600 waren wir hier. Das ist echt angenehm, wenn sogar die blauen einfach keine Gefahr sind. Das ist echt angenehm. Das ist echt angenehm. Oh. Aber ich hab's nicht vor. Ah, dann, Edi 3000. Sehr schön. 3100. Oh. 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 da war er wegen diesen zwei schwarzen da hatte ich keine chance für die türen wegzumachen geschweige die grauen wegzumachen geschweige denn die grüße die türen so aber jetzt können wir uns eine zweite worteinheit kaufen erreiche neue heiß kurs oder bin ich ja sehr gespannt und jetzt das war es jetzt geht es gar nicht mehr okay da bin ich ja sehr gespannt jetzt einstellen müssen wir da nichts machen oder nein zwei spot einheiten da bin ich jetzt sehr gespannt die scheinen gleich schnell zu sein und sobald der erste durch ist geht es gleich weiter ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd weil wir jetzt auf zwei aufpassen müssen und wenn du auf einen Untertitelung. BR 2018 Oh, knapp. Also eigentlich hat das ja jetzt dann unser Leben verdoppelt. Ah, wir sind schon Level 10. Mist. 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 Da geht der erste bereits dahin und der wird zwölf. Na toll, ich will die blauen erschießen und der schwarze fängt den ganzen Schaden ab. Dabei habe ich den schwarzen Absicht nicht angegriffen, weil er eigentlich dran vorbeigegang wäre und uns egal war, aber dann hat er doch als Tank hergehalten. Nein! Boah! Sehe ich gut. Den schwarzen unten auch noch eben. Puh! Überhaupt nicht, wie ist das gerade? Oh, aber es hat gereicht. Mist, das hat nicht mehr gereicht. Oh, wieder in den 20! Wir hätten fast in den 20 wieder geschafft. Oh man! Okay. Okay. So, mal sehen wie lang der erste Dieselbar aushält, oder die zweite. Je nachdem wie er zuerst stirbt. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt haben wir ein bisschen Konzentration, da geht es sich vielleicht ein bisschen einfacher. Keine Kuh. Wirst, da ist er noch gestorben. Hat den Hinteren ein bisschen beschädigt. Schade eigentlich, naja. Nicht gut. Hey, das ist ein Gerät, du. Ha, ha. Puh. So, 2000 Gehirne haben mich hier gesammelt. Keine Tür. So, dann... Ah, hier geht es wieder Tür. Level 16. Wir haben tatsächlich noch beide. Uh, das war sehr knapp. Das hat das Ersten erwischt.